Wir sind ProDram und wir beschäftigen uns mit den Bereichen rund um das populäre Schlagzeug. Unser Kerngeschäft ist vor allem der Schlagzeugunterricht. Wir haben derzeit ca. 140 Schlagzeugschüler. Unser Team besteht aus sieben Schlagzeugern, die alle neben dem Lehrerberuf auch Musiker sind und das Leben auf der Bühne kennen und lieben. Die Ausbildung ist berufsbildend anerkannt. Das heißt, wir bilden auch ganz gezielt auf den Schlagzeuglehrerberuf hinaus und bieten eine Studienausbildung, eine Profiausbildung an. Neben dem Schlagzeugunterricht erstellen wir Auftragskomposition für Schlagzeug, erstellen Notensätze und arbeiten an Büchern für Schlagzeug. Daneben noch Prüfungsstücke für Jugendmusiziert oder Jugendjazz. Aber da würde ich auf jeden Fall, wenn man so diesen typischen Backbeat macht, kann man auf jeden Fall da... Und dann den Abgang über die Tonuskasse. Ich bin mal gespannt, was die Schüler dazu sagen. Entschuldigung, ich... Entschuldigung, ich... Entschuldigung, ich... Entschuldigung, ich...